Im heutigen Video dreht sich alles um das Thema rationale Zahlen. Viel Spaß! Um zu verstehen, was die rationalen Zahlen sind, solltet ihr auf jeden Fall schon wissen, was die natürlichen und ganzen Zahlen sind. Wer das nicht mehr weiß, der sollte sich vorher unser Video dazu anschauen. Die natürlichen Zahlen sind ja alle ganzen positiven Zahlen, also 1, 2, 3 und so weiter. Die ganzen Zahlen sind alle natürlichen Zahlen und zusätzlich auch noch alle negativen ganzen Zahlen, also neben 1, 2, 3 und so weiter auch minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter. Und die rationalen Zahlen sind neben den ganzen Zahlen, die wir gerade schon genannt haben, jetzt auch noch alle Zahlen, die man als Bruch darstellen kann. Also 1 halb, 0,1, 0,periode 3, 4 siebtel und so weiter. Wenn ihr aufmerksam wart, dann ist euch das Q im äußeren Kreis aufgefallen. Das ist das Symbol für die rationalen Zahlen. Und wir wollen uns jetzt noch ein paar Beispiele für rationale Zahlen anschauen. Zur Erinnerung, rationale Zahlen sind alle Zahlen, die man als Bruch darstellen kann. Kann man diese Zahlen alle als Bruch darstellen, also sind das rationale Zahlen. Wir starten mal bei der 5. Klar kann man 5 als Bruch schreiben, und zwar als 5 Eintel. Ist also eine rationale Zahl. 0,7 kann man als 7 Zehntel schreiben, ist also auch eine. Und minus 12? Na klar, das kann man doch einfach als minus 12 Eintel schreiben. Bei 0,periode 6 muss man kurz überlegen, aber dann sieht man auch, dass man das als 2 Drittel schreiben kann. Und minus 0,67? Auch das können wir als Bruch schreiben, und zwar als minus 67 Hundertstel. Ihr seht also, so ziemlich jede Zahl ist eine rationale Zahl. Gibt es aber auch Zahlen, die nicht rational sind? Ja, die gibt es. Typische Beispiele sind Wurzel 2 oder Pi. Egal was man versucht, man kann diese Zahlen nicht als Bruch schreiben. Und dadurch sind sie keine rationalen Zahlen. Merkt euch also, dass rationale Zahlen alle Zahlen sind, die man als Bruch darstellen kann. Und merkt euch, dass das Zeichen für die rationalen Zahlen ein Q mit zwei Strichen ist. Hat euch dieses Video weitergeholfen? Wenn das so ist, dann würden wir uns echt über ein Like und ein Abo von euch freuen. Und wenn ihr auf der Suche nach guter Nachhilfe in Mathe seid, dann schaut auf jeden Fall mal auf unsere Website. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Mathe kann jeder. Wir wollen es beweisen.